Im wahrsten Sinne des Wortes, die Vöglein singen, die Bienen summen, ist das nicht wunderschön? Ein wunderschönes Morgenwetter um etwa 8.20 Uhr, also morgens. Was will man mehr? Das ist doch Natur, das ist genau das, was auch meine Mutter gerne hat. Ich möchte das einmal kurz zeigen, all meinen Abonnenten und Abonnentinnen, da möchte ich auch gleich sagen, vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Und ich weiß zwar nicht warum, aber euch scheinen ja meine Videos zu gefallen irgendwie. Ihr scheint zu hoffen, dass ich noch einiges mache, da kommt gerade jemand, Datenschutzkunde und so, ich kann nicht weiter. Ja, wie auch immer, ich bedanke mich ganz super herzlich bei euch und wünsche noch alles Gute, ein schönes Leben und so weiter und so fort. Danke für euer Abonnement auf meinem Kanal. Danke, dass ihr mich mögt. Danke, dass ihr meine Videos mögt. Danke, danke, danke.